Wir kommen nun zum Kampf in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm im Freistil. Er wird präsentiert von der Firma Heizungstechnik Lieb aus Neckarsulm. Es steht sich gegenüber Wladimir Rehmel und Teilhubas Frühe. Er wird präsentiert von der Firma Heizungstechnik. 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 Er hat 30 Sekunden Aktivitätszeit für unseren Taimo. In diesen 30 Sekunden muss er nun eine Werbung erzielen. Und ansonsten bekommt der Ringer in Blau ein Punkt zugesprochen. Ein Tor durch der von Taimur Asieff. Ja, ein Kampf zwischen zwei absoluten Spitzensportlern. Auf der einen Seite Wladimir Remel, dritter deutscher Meister der Jahre 2014, 2015 und 2017. Und auf unserer Seite von den Red Devils der Bronzemedaillengewinner der WM 2018. Er hat die Saison sieben Kämpfe bestritten, sieben Siege geholt, 25 Mannschaftspunkte und 96 zu 3 Scorerpunkte, unser Taimur Asieff! Daimur ! Daimur ! Daimur ! Daimur ! Daimur ! Vielen Dank. Armin! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Applaus Und wieder eine tolle Leistung von dem Spanier Er ist einfach nicht so übernimmt, er ist eine Gare im Achtung-Kreis-Team 6 zu 3-Punkt-Sieger, Kulmura